Hallo zusammen, Heizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, Feuerwaffs Patrouille anzunehmen bei Tovdoon Hammerschlag im Schattenhochland, an dieser Stelle in der Burgtwinnen im ersten Stock. Vor Questwaff, der Weg ist geöffnet und eventuell der perfekte Verband. Weg zu diesem G-Gun ist ziemlich weit, deshalb mache ich jetzt eine kurze Unterwechung. Und werde mich gleich bei euch wieder melden, damit ihr seht, wo ihr wisst, wie man da hinkommt, etc. Wie ihr raus seht, das ist die Burg und bis gleich bei G-Gun. Da bin ich auch schon, hier ist G-Gun Feuerwaff. Ja, ich mache gleich die Map auf. Quest ist abzugeben bei G-Gun Feuerwaff im Schattenhochland, an dieser Stelle. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen, einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dazu blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonniertknopf ein. Und in den Kommentaren gibt's den Link zu meinem Twitch-Kanal, könnt ihr auch gerne vorbeischauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wieder vorbeischauen. Ciao! 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 Ciao!